Herzlich Willkommen auf dem Kanal von Andi. Wir sind heute hier das erste Spiel der zweiten. Da gucke ich auch ab und zu mal vorbei auf jeden Fall. Hab gehört von dem Mann hier, dass die Truppe ganz gut sein soll. Und vielleicht wird eh die Giallo da auch sein Comeback geben, weil in der ersten mache ich es nicht. Auf jeden Fall. Aber es ist natürlich sehr cool, dass die Jungs hier auch am Start sind. Ich hoffe, dass sie aufsteigen. Das ist auch das Ziel. Hier ist kein Larifari. Wenn das hier nicht läuft bis zur Halbserie, musst du einen neuen Kader da auch mal zusammensteppen. Mit Bommel und mit dem ganzen Lachs und dann wird es was. Aber erste Pokalrunde. Weißt du mal, welche Liga die sind? Kreisliga A. Von der Kreisliga A? Die zweite von denen spielt Kreisliga A? Oh, das wird eklig. Mit der Ansage, sie wollen... Ja? Krass. Das ist zu däglich, aber wir schaffen das. Kreisliga A. Ja, ja. Alter, die richtige Kreisliga A ist ja die richtige Kreisliga A, nicht irgendwie Kreisliga der zweiten oder so? Kreisliga A. Kreisliga A. Okay, ja, das wird schwer. Ich bin gegen erste Mannschaft. Das wird schwer. Nicht ohne auf jeden Fall, ja. Du bist ja das nicht gut. Auf Vorzeit. Was spielt ihr für eine Aufstellung? 4-2-3-1? Ich muss den Penner fangen. Die finden sie 4-4-2, auch wenn sie 4-2-3-1. Die finden sie 4-2-2? 4-2-3-1. Wir sind schon ein bisschen erweitert. Also hier bei Beibesitz und so. Keiner, das ist die Probe. 1-2-3-1. Raus schieben! Raus schieben! Ja! Bewegung, Bewegung! Komm mal, nachgehen, nachgehen! Ist das okay, ist das okay? Nee! Warte doch noch hoch, warte doch noch hoch! Komm, mach mal weiter, Junge! Ja, gut! Nein, kein Abzeit! Ja, gut! running! Raus! Achtung! Hey, lan! crushing Christoph! Help! ни, Phoebe! Geh mal! Ach. Schieß doch mal. Ja, gut. Zurück, zurück. Hau fein, hau fein. Los, Schatz! Ja, gut. Noch. Abschluss, Abschluss! Ja! Nachschieben, nachschieben! Gib ihm! Ja, da gewinnt. Guter Bein, guter Bein! Ja! Geht doch mal rauf da! Los, Schatz! Mach! Ja! Du musst dir Geld geben! Ja, klar, ich gebe. Ach! Uh! Mach sein! Ja! 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 Ja, ich gebe los! Alles gut, weiter. Hey, Paul! Paul! 0 zu 2. Genau. Los! Los! Er schiebt, Risto! Er schiebt, Risto! Er schiebt! Gut, was du? Arbeit! Ja! Ja, bitte! Ja, bitte! Nicht zum Ball! Ja, bitte! Ja!